Das Storchennest in Hattorf in der Bahnhofstraße mit Storch oben im Nest. Ich bin ja wirklich froh, dass ich da jetzt mal da auch das Nest mit Besatzung dabei habe. Der war eben gerade kurz unterwegs, aber jetzt guckt da eine Runde, was los ist. Das ist echt wunderschön mitten hier im Dorf und das ist natürlich super spannend, wenn man hier regelmäßig mit dem Rad vorbeikommt, das weitere Geschehen beobachten zu können.